Egal, also wir haben nun ein neues Drehbuch geschrieben für einen langen Film und heute geht auch schon das Casting los. Da sie ja bevorzugt in Science-Fiction-Projekte investieren, dachte ich mir, naja hätten sie vielleicht Interesse ein Teil des Projekts zu werden. Nein, Ihnen einen schönen Tag. Schätzelein, das steht aber jetzt so nicht im Text. Ja, ich weiß, aber als ich mir die Szene gestern durchgelesen habe, fand ich den Text so nackweilig. Also wir hatten zu den besten Zeiten hatten wir bis zu acht Millionen Zuschauer. Also mit vollem Respekt, aber wir haben heute echt noch was vor. Also ich hatte mich gefragt, wie ist ihre Lebenssituation? Ihr Status ist die Single, sie beheiratet, ist sie geschieden? Sophie Bell, du kannst anfangen zu reden. Eigentlich dachte ich mir, eine dramatische Pause betont das Ganze. Muss gleich noch was beichten. Was denn jetzt noch? Ich habe einen Text leider nicht gelesen. Die Starry ist in der Katastrophe. Wie könnte ich wunderte? Das war's echt nicht. Es gab, dass ich mit grossen Zeit und believers geschätzt hatte. Ich bin froh. Wie könnte ich mir anonym ein bisschen wochen werden? Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020